Tja, wenn etwas schief geht, dann geht es schief. Ja, das war das letzte hier, leider, tschüss. Noch einmal den Jochen sehen, die Batterie blinkt. Hallo Herr Schoge. Was denn? Oh, wie geht's? Naja, also wunderschön, ne? Der alte Trickhaber. Jetzt haben wir gegessen. Jetzt geht. Jetzt bin ich mit drauf, guck. Das wird gleich zusammenbrechen. Oh, aber toll. Oh, no. Vielen Dank.